Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Squishy the Suicidal Pig Das war ein verzweifelter Rap-Versuch anscheinend Oh man, wir wollten uns den Secret Headshot angucken, gehen wir doch mal rein Complete the game to unlock Diesen Hut Ah, da kann man gucken, wie man dann aussehen würde oder was, okay Collect all secret artifacts in space to unlock Das spoilert ja total Defeat Jesse Boom Coyote on heart to unlock Collect all applies in game to unlock Die Musik hat aufgehört Das gefällt mir Kill all bosses on insane to unlock Tschüss Okay, das war der Secret Headroom Headshop Da war ja gar kein Shop So Also das muss definitiv da rüber Okay Hier können wir ein Däumerchen machen Ein Däumerchen Was ist denn das? Das kann man auch schieben Ich habe das Gefühl, dass ich das nach rechts schieben muss Um da drüben zu dem TNT zu kommen Um das TNT dann da runter zu schieben Das hat jetzt irgendwie herzlich wenig gebracht glaube ich Das ist ja mega wild das Spiel Wild Wir sind sofort wieder Wir sind wieder da Ha Oder ich bin wieder da Whatever Achso, man kann ja da durchhüpfen Doink Das macht den mega fun Ah, scheiße Ich wollte hier gucken Ähm Ihr werdet es gleich sehen, was ich gucken wollte Ich wollte gucken Ob man das da irgendwie übereinander stapeln kann So wie hier Um dann dort drüber zu kommen Dazu muss ich das aber geschickterweise erst dort platzieren Und dann Denn Das Spiel ist so clever zu erkennen Dass da schon mal oben drauf liegt Und dann kann man das noch weiterschieben Auch so Okay Ja, kann man auch so lassen Ha Sieht gut aus So Ich hab jetzt hier voll was vor Ich weiß nicht, was das am Ende jetzt wird Aber ich hab was vor Ach nee, warte mal Das fliegt denn bloß zur Seite Also irgendwie muss man die Dinger doch übereinander bekommen dann Keine Ahnung Ah nein Das wird schon zu weit Außerdem komme ich jetzt nicht mehr zurück Also das ist auch Reichlich dumm Kommen wir mal Ich dachte eigentlich Ach man, oh Das ist ein übelst kompliziertes Spiel So Okay Ich glaube aber das ist die Idee Ganz schön dumm ist Das ist bestimmt bloß Ablenkung Kann man da hoch Ist hier da oben noch was Irgendwas verrücktes Man kann sich jetzt am Busch verstecken Super Ja Okay Dammit Gehen wir nochmal hier oben rum Checken das ab Also hier hab ich keine andere Wahl Als das so zu machen Aber was hab ich jetzt davon Kann ich das einfach hier an den Rand schieben Und mich mit explodieren lassen Aber so Nee Da kommt man auch nicht hoch Boah ey Was ist los Das Spiel ey Das macht mich irre Mit seiner unglaublich Wunderschön abwechslungsreichen Musik Es ist so unglaublich Ey jetzt mal ohne Quatsch Was soll man hier machen Können wir einfach mal total crazy sein Boing Probieren wir einfach irgendwie Shit jetzt aus So So Hä Hä Ne Boah Bin ich dumm Boah Krass Okay Weiter geht's Jetzt hab ich keine Ahnung Wie lang der Part jetzt eigentlich ist Ey Hab keine Uhr gestellt Und solche Telefonat dazwischendurch War natürlich Reicht Dumm So Da können wir den noch hochspringen Und dann können wir dann damit hochspringen Können dann dort Ding aktivieren Und da hochgehen Okay Das klingt erstmal nach Auf einen guten Plan Hop So Machen wir jetzt bumm Krach Bumm Ente machen wir So Achso Den Knopf drücken So Ach yummy Und erstmal drauf verzichten Ne Da wollen wir natürlich nicht drauf verzichten Wir dürfen das TNT dort nicht drücken Weil Falls hier noch ein TNT ist In dem Level Geht er dann Vermutlich ja hoch Das wäre ja recht dumm Hey Ich hab doch den Knopf gedrückt Was Eins drück den Knopf Blublublublublubl Okay Da können wir das doch hoch machen Ja Okay Das sieht schon ganz gut aus Passt schon Na. Ey, wenn die zwei Kisten wo dann da liegen, dann kann man das nicht machen. Okay. Das ist ja dumm. Dumm, 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 dumm. Wenn nicht die Musik auch so auf die Nerven geht, irgendwie. Dann, äh, sagt's einfach Bescheid. Dann kann ich das bei Gelegenheit mal ändern. Na, ist aber Bescheid. So, yummy. Na, jetzt darf ich mal springen. Ach, da kann man dann da hoch reingehen. Ja, okay, das müssen wir, glaube ich, nicht machen. Okay, jetzt machen wir ja erstmal das Loch zu. Drücken da den Knopf. Nehmen wir das yummy-Lumpe mit. Schieben den hier runter. Und dann kommt der da runter. Und dann kommt der da rüber. Den können wir da jetzt hoch hüpfen. Kann man den da schieben? Das kann man auch schieben, okay. Erstmal abchecken, was er geht. Oh, oh. Dann müssen wir jetzt am Ende sowieso irgendeinen Knopf drücken. Doin, 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 doin. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Jetzt fällt das da einfach dorthin. Mir ist doch egal. War eigentlich so. Okay, dann lassen wir den nächsten runter plumpfen. Gehen wir einfach. Ne, 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 ne. Jetzt fällt mir, dann sind es doch zu weit nach drüben. Oh, shit. Das hat auch unglaubliche Physik, dieses Spiel. Wie man hier sieht. So. Aha. Jetzt müssen wir als nächstes einfach mal den da noch mit runter schieben. Nein! Ha! Daneben gesprungen. Verdammt. So, guckt mal. Das sieht doch gut aus. Knack. Knopf gedrückt, man. So, okay. Jetzt können wir hier Jumping Rabbit machen. Das ist der neue Spielmodus übrigens. Der Jumping Rabbit. Oh, jetzt sind wir hier oben drüber. Wir können jetzt hier... Gibt es da noch irgendwas zu holen? Ne. Einfach fucking runterfallen? Okay. Ah! Nur wegen diesem dummen Ding. Um uns hiermit auch schlagen zu lassen. Alles klar. Okay. Okay, den Level machen wir jetzt noch. Danach geht es nicht weiter, wie es aussieht. Warne. The bird gets angry if approached. You might have to run for the key. Also, wir müssen eventuell nach diesem... Der Vogel können aufwachen und dann böse werden und dann... Müssen wir... Ach, wir müssen eben einfach hinterher rennen. Okay. No problem, man. Gib mir den blöden Kack-Schlüssel. Los, gib her. Wieso fail? Wir müssen sterben. Das ist ein Steinfall-Rudat. Wow! Oh, er war dezent knapp. Okay. Ähm. Hallo? Lass mich doch da runter. Hä, ist jetzt hier noch irgendwas vergessen? Oh nein. Wow. Ach, da oben ist der Lever, oder wie man auch immer nennen möchte. Okay. Okay. Das ist ziemlich crazy shit. Alter, unten ist so ein Ding. Nehme einfach mit. Erstmal gucken, ob wir den Level so gelöst bekommen. Oh, scheiße. Fail. Wow, what a shit, ey. Ah, nein. Mann, was ist los? Doink. Scheiß auf die Dinger, ey. Lass die mal schnell machen. Boah, shit, you. Ich drück dann immer den gleichen Knopf zum Restart. Um, ähm, das wegzumachen. Das ist ja blöd. Boing, boing. Dum, 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 dum. können wir uns die Schätzchen da auch noch mitnehmen wow oh no, das geht da drunter durch, okay das hätte ich auch sehen können wieder Angry Bird doki doki oh, nice Mann come on hop, hop achso, die Kaffee drücken so muss das nämlich ich möchte dann doch am liebsten so viele davon wie möglich mitnehmen aber ich trau mich nicht, weil wir scheißen einfach mal ganz gepflegt drauf nur da, wo es halt nicht unbedingt extra Zeit kostet weil wir es sowieso machen müssen hop oh, guck mal, wir haben den Vogel inzwischen wieder eingeholt das fährt jetzt durch was dann ist ja mega fies los springt du Schwein oh, das hat uns abgebremst das kommt schon fast an Speedrun Training ran oder fast so, wir haben geschissen hier das kostet nur unnötig Zeit das wäre jetzt richtig cool, wenn man da an den Schlüssel reingekommen wäre ja da haben wir natürlich schon die Entwickler oh, guck mal, da kommt der Vogel jetzt plötzlich runter das ist auch ein mächtig blöder Vogel wow aim the bird wir haben den bird geämmt and we got the fucking key no dead, okay achso ja, okay, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder in diesem Level, macht's gut, bis dahin und tschau'sen man we man we Untertitelung des ZDF, 2020